So, willkommen zurück und ich darf jetzt ganz viele Wachenschnetzeln und ihr schaut dabei zu. Komm. Bloß mehr. Ich will mehr. Geht doch. Ach komm. Ach komm. Alter ey. Boah, das macht echt Spaß hier die Waffe zu schnell. Echt gut, ne? Ich weiß, ich bin gut. Ich gebraucht es mir nicht mehr zu halten. Was war das? Ich weiß, wer es war. Oh nein, ich will aber weiter. Ja, es geht weiter. Ach, das bringt sie nicht. Ja. hier hier Nein, ich wurde getroffen. Oh, das war doch echt mega hammer geil, oder? Oh, es kam gleich an. Mann ey, ihr nervt. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ah, ein Bürgerbär. Haltet sie auf. Ja. Ach, wir hauen jetzt ab. Denn ich habe jetzt keine Lust mehr zu kämpfen. Und dann verstecke ich mich jetzt hier. Ihr findet mich eh nicht. Ihr findet mich eh nicht. Ihr findet mich eh nicht. Haha. Und da habe ich sie voll weggelatscht. Ach komm. Was hast du davon? Boah, Mann ey. Wie viel soll ich noch kämpfen? Ich muss mir damit zu tun. Intensiert mich einfach. Ich muss noch mehr Schnäpseln. So und jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Manometer. Manometer. Das ging ab, ne? Daumen hoch. Ja. Wäre das richtig, 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 richtig geil. Oder wäre es einfach nur geil fand. Oder wäre es einfach nur gut fand. Ja. Also ich fand's geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber... Schreibt's einfach in die Comments. Oder drückt einfach Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat. Ja. Ja. Und... Und... Schettig. Etzio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katerina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Etzio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kennt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier. In Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl. Ich möchte sofort beginnen. Volpe. Holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli. Trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Oh, oh, oh. Ich glaube, jetzt kommt das mit meinen Assassinen-Rekruten. Aber wir werden erst im nächsten Teil sehen, was jetzt kommt. Bis dahin. Holt rein. Bis dahin. Bis dahin.